Ja, meine lieben Freunde, es ist soweit Clash Royale. Die epische Trohe wird geöffnet. Und ja, vorher machen wir noch die normalen Troen auf. So, Leute, jetzt kommen wir zu der epischen Trohe. Drei, zwei, eins. Okay, schon mal gibt es, das ist echt krank. Dann Hexe noch dreimal und Prinz. Okay, 2000 schon wieder. Machen wir jetzt mal die Hexe. Ja, finde ich eigentlich ganz geil. Ähm, nicht, wenn jetzt noch Roland drin gewesen wäre. Aber das ist ja auch schon mal was. So, ja, ich habe jetzt den Giftzauber. Den nehme ich erst gleich mit rein. Ja, und dann machen wir noch zum Schluss ein Kämpfchen. Und gucken, wer gewinnt. Oh, sorry. Wir setzen jetzt erstmal Elixiersammler hier hin. Ähm, dann tun wir noch, äh, was soll ich jetzt gegen die Hexe setzen? Wir setzen jetzt noch einen Babydrachen. Und dann setzen wir jetzt noch hier gegen die, ähm, ja, okay, der geht nicht auf die Skelette los. Schade. Hat mich gefreut. Äh, ja, was soll ich jetzt gegen die Babydrachen setzen? Gar nichts. Setze ich hier den Prinz. Äh, ja, die Hexe könnte jetzt auch mal nützlich sein hier. Komm, Hexe. Dad, ja. Ich habe wieder diesen Scheißback wie eben, äh, wie gestern, meine ich. Sorry. Bam, haben wir da, ähm, den ersten Turmchen direkt. Das gefällt mir, ja. Sorry. Jetzt ist halt gerade ein Back, glaube ich. Come on, come on, come on. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Okay, geil. Ähm, wir haben das Spiel gewonnen. Ja, okay. Ähm. Ja, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, wieder, ähm, mit euch die epische Truhe zu öffnen. Dann können wir aber jetzt auch noch gleich die Truhentruhe, die Kronentruhe öffnen. Erstmal Gold, Juwelen, Minenwerfer dreimal, Knall, Tesla und, äh, sechsmal den Elx-Gesammler. Ja, meine Lieben, Freude, es hat mich hier wieder auch, ähm, gefreut, dass ihr dabei seid. Bye, bye. Bye.